In diesem Clip können Sie sehen, wie Sie Layouts direkt auf der Registerseite Layoutbuch des Navigators zu Ausgaben hinzufügen bzw. von Ausgaben entfernen können. In anderen Clips konnten Sie sehen, wie Sie im Dialog Layoutbuch Einstellungen Layouts zur aktuellen Ausgabe hinzufügen können bzw. wie Sie diese aus der aktuellen Ausgabe entfernen können. Diese Aktionen lassen sich direkt im Layoutbuch ausführen, ohne den Dialog Layoutbuch Einstellungen zu öffnen. Dazu rechts klicken Sie auf ein beliebiges Layout im Layoutbaum. Wenn das Layout nicht Teil der aktuellen Ausgabe ist, erscheint im Kontextmenü der Befehl zu der aktuellen Ausgabe hinzufügen. Klicken Sie auf diesen Befehl und das Layout wird zur aktuellen Ausgabe hinzugefügt. Wenn das Layout, auf das Sie rechts geklickt haben, schon Teil der aktuellen Ausgabe ist, erscheint im Kontextmenü der Befehl von der aktuellen Ausgabe entfernen. Klicken Sie auf diesen Befehl und das Layout wird von der aktuellen Ausgabe entfernt. Wenn Sie mehrere Layouts im Layoutbuch auswählen und auf diese rechts klicken, zeigt das Kontextmenü einen dieser beiden Befehle, je nachdem, welcher den ausgewählten Layouts entspricht. Wenn eines der ausgewählten Layouts Teil der aktuellen Ausgabe ist und die anderen nicht, wird das Kontextmenü beide Befehle anzeigen. Wenn Sie auf eines der beiden klicken, wird die Aktion an allen ausgewählten Layouts ausgeführt. Es gibt auch eine neue Option im Layoutbuch, die Ihnen hilft, die Layouts innerhalb des Layoutbuchs zu filtern. Wenn das Layoutbuch angezeigt ist, bietet die Schaltfläche Layoutbuch Anzeige eine neue Option, Baum von aktueller Ausgabe. Wenn Sie diesen Befehl aktivieren, werden nur die Layouts aufgelistet, die Teil der aktuellen Ausgabe sind. Solche Layouts enthalten Layouts, die vorher nie ausgegeben wurden, Layouts mit nicht ausgegebenen Änderungen und die Archicad deshalb automatisch zur aktuellen Ausgabe hinzugefügt hat, sowie Layouts, die Sie zur Ausgabe manuell hinzugefügt haben. Eine weitere Funktion in diesem Anzeigemodus ist die neue Schaltfläche unter der Layoutliste zu der aktuellen Ausgabe hinzufügen. Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, wird der Dialog Layout hinzufügen angezeigt und Sie können Layouts zur aktuellen Ausgabe hinzufügen, wie das in vorigen Clips genau erklärt wurde. Untertitelung des ZDF für funk, 2017